so ich habe jetzt chapter 1 1 gemacht so da können wir direkt losgehen welcome to gloomord halt ein schnabel jetzt so oberpeinlich die obligatorische begrüßung hat passiert glumord ist in der house with pascal pascal say hello to the audience hello the rest of our conversation will be in german we apologize this so auf zu lachen man es ist perfektes englisch es ist too late so wie aus dem weg hier kommen ja genau corner corner pyami battery Pian-Battery. Jetzt kommt, oh, good. Talk. Good. Good. You're both here. Good. Was in English. Westcore. Oh Gott, ja. Na ja, gut, bis in Desso. Bis in Desso und dann gehen wir ins Bett. So, warte mal, ich habe einen Slot frei. Garabio Verbands. Equip und ab. Ah, bitte. So. Mama Mutombo. So, und ab. Wo ging es nochmal lang? Ich vergesse. Warte mal. Warte mal. Ah. Achso, ich gehe gleich auf die Hydra. Die macht schön Rambazamba. The Hydra. Ja, mach mir doch die Tür vor der Nase zu. Rambo, du. Hurry. Hurry, wo ging es denn ab? Wo ging es denn raus? Ah, da. Schön, ich bin schon am Trigger hier. Ja. Du bist schon am Trigger. Ja, ja, ist ja gut. Roger. Der alte Tramper kommt da hergelatscht, ja. Jemma will da schnell durch, wie sie Urlaub machen. In Africa. So. Ruhe, ja. Ja. Achso, der ist tot. Ja, jetzt hört mal, wenn die Mucke ausgeht. Das ist klar, keine schlechte Einstellung, glaube ich. Das kommt gut, ja. Ich meine für uns. Skule! Skule! Wakakule! Ob das irgendwas heißt? Dieses Wakakule? Keine Ahnung. Warum machst du eigentlich immer die Tür zu? Ich will die Tür zumachen. Keine Ahnung. Ich bin schöner im Hintergrund. Ja, ja. Achso, da ging es lang. Roger! Komm, 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 komm! Ja, ich würde ja gerne, aber... Ist das bei dir? Nö. Dann nehmen wir auch nicht. Achso, weil der quatscht. Ja, ja. Ja, wir sind zu schnell. So, jetzt. Wakakule! Ja, das wissen wir auch mal gerne, ob das was bedeutet. Dann müssen wir mal so einen Afrikaner... Dann müssen wir mal so einen Afrikaner mal fragen, ne? So. Alle da vor Schönheit, ne? Ist ja klar. Hurry! 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 Och, nur... Ja, 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 ja. Ja, das dauert mit dir immer, ja, ja. Ja, ja. Weißt du, weißt du, wie viele Kapitel es sind? Das sind 19 Kapitel hier. Ja, ey. Wer ist die ganze Zeit vorgelaufen, ne? Mann, Mann, Mann. Wakakule, ey! Wackakule, ey! Shaving. 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 So, jetzt kriege ich das auch besser gemachten hier drüben. Ja, ja. Ja, ja. Ist klar. Zack, apeng. Ja. Schieße erstmal das Tor kaputt, ja. Das machst du ja am liebsten. Ja. Wadudé. Also meinst hier... Oh, warte, ich helfe dir. Was hab ich denn? Alter, was machst du da, ey? Ich mach der Wakakule. Irgendwann werden wir irgendeinen nicht sehen, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bekregen, reiß dich auch grad wieder auf die gute Hydra. So, auf die Entfernung ist er natürlich nicht so toll, ne? Nee. Ich hab da einen richtigen Moment reingegriffen. Ah, du hast es ja da im Griff, ich guck mal hier drüben so ein bisschen. Ja, das ist ja richtig gescriptet, ne? Anstatt dass er einfach sagt, hier, okay, jetzt haben wir genug getötet, chill. Ja. Ich hab den Fernseher kaputt geschossen. Ja. Was machst denn du? Ja, ich schieß das ab, was durch die Tür kommt. Ach du, ich bin Fernseher. Ich hab den Gang Fernseher mit irgendwelchen Scheiß herumgeworfen oder sowas. Nee, nee. Komm, wir gehen raus. Oh, fuck. Schaffst das? Ja. Hier, wir kommen. Oh, 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 oh. Ja, ja, ganz entspannt. So, drüben rein, ja? No. Ja, ich bin in Sicherheit. Sehr gut. Na, warte mal. Wenn man... Genau, du hast die große nicht auf dem Rücken, wenn du sie nicht zuletzt in der Hand hattest. Echt? Ja. Du hast immer das auf dem Rücken, was du zuletzt vor der Waffe, die du dann in die Hand nimmst. Das hast du dann auf dem Rücken. Ja, aber nur von den Großen. Ja, ja, nur die Großen. Ja gut, aber besser das Scharfschützengewehr hinten drauf zu haben, als den Raketenwerfer. Ja. Ich stehe mir vor der Nase rum. Ja, jetzt stehst du mir vor der Nase rum. Ich geh ganz nach hinten. Bin ich schon. Jetzt. Ja. Warte mal. So. Wenn die Kiste kaputt ist, dann kannst du auch ganz nach hinten gehen. Ich mach mal deine auch kaputt. Ach, wir kriegen Besuch. Scheiße. Au. Ich war auch hier. Ja, 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 keine Panik. Ja, vorher halt nicht mit dem riesen Ding hier drinnen rum, ja. Ich wollte nur was ausdrücken. Ja. 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 Wie gut, dass ich noch weiß, wo die Knöpfe sind, ja. Was machst du denn da? Jetzt hör doch mal auf hier, ja. Ja. Ich hab da hinten wen getötet. Ja, ja. Ist schon klar. Ja, die springen da schön über die Mauer rüber. Ja, ja, ja. Widerstellen wir mal, bei irgendeiner Mission, ja, da hat er ständig irgendwas übersehen und dann sagt er, ja, Micky, das ist deiner, ja. Ja, ja. Ja, ja, der ist selber an. Ich hab den links schon links gemacht, den hast du bestimmt noch gar nicht gesehen, hat er dann gesagt. Das ist kaputt gelacht, ja. Ich hab den links schon links gemacht, das hast du mir gar nicht gesehen. Ja, ja. Ich kann das gar nicht richtig, richtig nachäffen, diesen geilen Blechtauern. Ich brauch irgendwie so eine Dose Raviosi oder so, ja. So eine Leere, da kriegt man's hin. Eigentlich hätten wir das ganze Level mal mit dem Messer machen müssen, oder? Ja. Ich darf nicht nochmal neu, das reicht hier. Du kannst das nicht mit dem Messer machen, wenn du willst. Ja, danke. Was? Bist du wahnsinnig? Genau, hier schön abwedeln hier. Wie zieht man das nochmal schnell? Wie schnell ziehen? Ja, einfach wedeln. Ah. Ah, ne. L2. L2 ziehen und dann... LV2. L2 ziehen und dann kannst du... Uh. Uh. So viel zu unseren Messern, ne? Ja. Trauen uns nicht meinen Bus zu messern. Hahaha. Ich messer halt rein. Ne. Ich heil dich nicht. Hör auf. Hä? Ach Mann. Ich schieße dir ne Schrotladung in den Arsch. Ich schieße dir ne Schrotladung in den Arsch. Hahaha. Ja. 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 Hör auf jetzt. Fast hier. Hahaha. Ich will hier wegfliegen von der Seite. Das ist am geilsten. Bing. Bing. Das ist echt ne langweilige Mission eigentlich, ne? Hahaha. Ja, natürlich. Ich will die nie wieder spielen jetzt. Hahaha. Ich finde der Sound ist ein bisschen schlecht eingestellt, ja? Hahaha. Stimmt. Ein Strich zu viele. Hahaha. Irgendwo stöhnt was, ne? Ja. Hahaha. Schöne Schrote. Aber gleich zehn Kugeln fressen hier. Die West-K-Face. Ich fress eure Kugeln. Hahaha. So. Jetzt gibt's gleich Big Explosion. Und äh. Aber das skippen wir auch wieder. Kanapeng. Yeah. Chapter One finished. Genauso schlecht wie vorhin. Hahaha. Die Präzision hat gemangelt, ja? Ja, das stimmt. Können wir noch an arbeiten. Hahaha. Daran arbeite ich nix mehr, ja? Ich hab nur noch Fun bei dem Game, sonst nix mehr. Hahaha. Wir brauchen noch alle Punkte. Ja. Schönen Sie uns, wir sind.